Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6 mit dem Punkt und dem Turby. Du musst da hoch. Die Geistererscheinung. Das seh ich, du musst da hoch. Moment, ich muss das Moku drücken für die Karte. Frag mich nicht, warum du musst da hoch. Verdammt, du hattest recht. Klettern wir mal hoch hinaus. Da steht ein normaler Zombie. Äh, Zombie. Guck mal, Zombies, normale Zombies. Ups. Ja. Der stirbt trotzdem, oder? Ja, natürlich stimmt der. Ich schiebe, komm, ich schieße noch mal ins Bein. Was machen denn hier normale Zombies? Die sind doch jetzt noch gar nicht da. Drum wandern. Puff. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ja, doch, hier sind überall diese solchen Viecher. Hier muss man drauf achten. Und da unten liegt nur ein Zombie, der da irgendwie nicht tot ist. Äh, der da gerade gestorben ist, meine ich. Also, für die verbrauche ich auch keine großartige Muni, glaube ich. Ich war ein Parch. Na gut, dann. Wir gehen ja komischerweise oben drüber lang. Bis irgendwann die Sequenz kommt. Ah, du musst hier runterfallen. Oder du musst es eigentlich oben lang, aber du bist hier runtergefallen. Ich bin jetzt unten. Ja, ich auch. Wir brauchen ja auf jeden Fall erst mal die Schüssel von hier unten. Knack. Oh, ich habe es getötet. Mit einem Knack-Kopf ab. Ach, das ist... Bzw. Knack-Genick gebrochen. Tunk. Du hast etwas gefunden. Hier steht ein Kraut auf dem Tisch. Stirb endlich. Ich soll mir mal die ganzen Kisten einflächen. Ist ja irgendwo was drin, was man gebrauchen kann. Nein. Abgesehen von irgendwelchen Credits, die wirklich mittlerweile überflüssig sind. Die waren von Anfang an überflüssig eigentlich. Ach, ich glaube, das ist wie was aus dem Flugzeug abgestürzt ist. Da könntest du sogar recht haben. Irgendwann steckt die im ehemaligen Kopf drin. Ich glaube nicht, dass es das ist. Hier vorne ist eine Truhe mit Credits. Ich kann die nicht öffnen. Nein, Hilfe. Ich würde einfach mal sagen, es ist wirklich vom Himmel gefallen. Hier. Hier. Sie hat aufgespießt, hat sein Zeug entlastet und hat alle Menschen hier infiziert. Danke. Ich weiß, Credits und trotz, ich habe gesagt gerade... Oh, Kraut, ich kann das Kraut nicht bitten, den ernsthaft. Nein! Warum hast du das getan? Weil ich dachte, wir können weiter. Müssen wir jetzt dagegen das... Ja, natürlich. Das war nicht sehr nett. Du solltest nicht Dinge nehmen, aber nicht zu mir. Aber echt, ey. Ich will erst mein Kraut haben. Vorher mache ich hier gar nichts. So, weil jetzt kann ich wieder heilen. Was zum... Wo kommt ihr denn her? Also, es war zu früh geklickt. Macht aber nichts. Ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt keinen Schaden brauche. Ich komme nicht weg. Ich habe überall Zombies. Was soll ich tun? Da weggehen. Wie? Erklär es mir. Wie gesagt, hier waren überall Zombies. Ich konnte nichts tun. Ich wurde festgehalten. Wurde umgeschmissen. Wurde wieder umgeschmissen. Konnte nicht mal irgendwas tun. Ach, ja. Schönes Spiel. Nee. So. Natürlich ist das Kraut jetzt weg. Alter, dieses Dreckspiel. Das war voll... Jetzt stirb einfach, Mann. Guck, da kommen überall Zombies raus. Ich gehe nach oben. Hörst du es tot. Komisch, das letzte Mal ist wirklich mehr Pfeile gefressen. Jetzt brauchst du zwei Pfeile von mir und einen Schuss von dir. Ich habe nicht nur einmal drauf geschossen. Ich kann den Schlüssel aber nicht nehmen. Och, komm schon, ey. Meine Fresse. Komm, hier. Tschüss. Ich finde es gerade echt ein bisschen schade, dass ich jetzt das Kraut nicht mehr nehmen kann, weil es einfach despawned ist. Hm. Naja. Es werden noch mehr Kräuter kommen. Hm, muss ich das schon wieder hoch? Hm. Ich werde so aufwechslungsreich. Ja, jetzt kommt natürlich ein rotes Kraut, was ich nicht mitnehmen kann. Hm. Ich höre Vögel, jetzt wird's ja. Bei mir, ja. Ja. Das kann gut sein. Ach, wo kommst du denn schon wieder her, Jenny? Ich habe es verpeilt. Hilfe. Hilfe. Natürlich hätte er mich getroffen. Ich sägte den Arm ab und du hast ihn trotzdem noch. Ja, es ist okay jetzt. Wir haben es verstanden. Meine Güte. Man kann es auch nicht. Alter, das ist echt schon. Also bei mir hat man mit der anderen Vögel, ja. Das kann gut sein. Ich konnte nicht halbwegs um den Planeten spielen, um die Spiele zu spielen. Vor allem, du kannst ihn nicht ausweichen. Das kann du ich, glaube ich. Ich konnte vor allem den Garten da nicht ausweichen, weil ich keine Sequenz bekommen habe. Hör, wo ist er hin? Guck mal, das ist ein Symbol. Wo ist er hin? Ich kann dem Ding nicht ausweichen, das ist voll unfair. Das ist fail. Das ist einfach fail. Ich muss nachladen. Wide behind here. Ich glaube echt nicht. Wir lassen es dabei, dass es ein Singleplayer war und ich wiederkomme. Das ist voll dumm. Ich kann wieder nicht ausweichen. Oh, guck mal, da hinten ist so ein Ding. Oh. Mit drei Schrohschlüsse. Guten Tag. Hallo. Ich kann auch nicht ausweichen. Ich habe es gerade geschafft durch irgendwie Rollen oder so. Ja, weil ich es wahrscheinlich getan habe. Vielleicht sieht man automatisch mit aus oder so. Und ich darf deswegen nicht runterfallen, weil da ganz viele Zombies sind und die automatisch 100% meiner Lebenskraft abziehen. Natürlich. Weil du ja vorher auch die Zombies getötet hast. Ich will weg. Geh weg. Nachladen. Und ich stehe genau neben dem Vieh, ne? Alles ist dämlich. Das ist einfach nur richtig dämlich, ey. Ne, das... Ach, kaum schaden. Der verfolgt das nicht. Das ist jetzt gerade ein Kampf, äh, auf hängstem Niveau. Weil... Zug, Zug. Oh, ich habe gefehlt. Alter. Aber, zugeben, sie hat die schönsten Tode in ihrer Kampagne. Brutzel, Knister, ja. Meiner war geiler. Pff. Bäh, rocken, rum, rum. Ey, extra für das Event kriege ich nochmal... Ich will Zeit. Äh, safe, oder? Oh, komm schon. Ich mache einfach gar nichts mehr, okay? Ich bleibe mir verstehen. Du musst sowieso nichts machen. Ja, deswegen ja. Das kann ja nur eher auf dem Schiff drin. Alter, okay. Oh, ich komme ausgewicht. Ich bin voll gut. Ey, ich habe doch gedrückt. Ho, alter. Das Spiel mobbt nicht einfach nur so großartig. Das ist echt schön. Alter. Und ich sage, das ist eine Single Player Kampagne. Na, da werde ich mindestens genauso oft sterben. Du willst es nochmal spielen, oder was? Wie, nochmal? Ich habe doch die Maustaste dazu. Was soll das denn? Oh, leck mich doch am Arsch. Ich höre gleich auf, ey. No. Jetzt haben wir richtig, hast aber schon voraus. Wie soll es das? Guck mal da, da hast du einen Gegner. Oh, ausgewichen. Und weg. Und nochmal. Achtung, da kommt der ausgewichen. Und nochmal ausgewichen. Bäm. Oh, ich darf mich wieder bewegen. Cool. Oh, Elektro. Kann ich den da reintreten? Oh, das bringt's. Nein, kommt, bringt's bei dem Vieh nicht. Komm schon. Oh, komm schon. Ach, du bist ja nicht, du bist ja nicht unsere kleine Missy, die uns entstürmt. Putze. Jetzt kriegt das Vieh auch mal dagegen. Und wer kämpft jetzt dagegen? Na, weißt du ja noch, wer jetzt dagegen kämpft. Jetzt werden wieder, jetzt werden Lian. Nein, wer kommt jetzt zuerst? Chris oder doch Lian? Lian. Ja, na gut. Wir haben es geschafft, sind wir durch? Doch nicht, schade. Nein, wir müssen ja jetzt bei dem Boss kommen wir mal mitbeleben. Can't wait to meet this mysterious doppelgänger of mine. Ich kann nicht gar umgucken, ich kann nirgendswohin gucken, ich kann nur zu dir gucken. Hallo. Kommt sie mich jetzt? Kommt sie mich jetzt komplizieren. Das war die. Okay, das akzeptiere ich. Wirklich? Nein. Komm mal da, ist auch eine Küste. Guck mal, das ist ein Symbol. Wo? Blockiere mich nicht. Ich kann dich nicht blockieren, du stehst an der Wand dran. Ich habe aber durch dein Bein geschossen, das ging auch. Auch. Ich will Zombies, Zombies. Oder die anderen Dinger. Zombies. Ich will versuchen, es in der Tag aufzuwischen. Ähm. Passt schon. Ich hoffe, dass Kraut wieder nicht mitnehmen, was da stand. Ich habe kein Kraut gesehen. Ich glaube, da stand ein Krant, äh, ein Kraut. Regenerierende Javo. Ja, ist mir egal, kennen wir mittlerweile. Alter, das Spiel. Warum hat man jetzt jetzt einen Sniper in der Hand? Das ist jetzt doch was für Besseres. Achso, Moment, jetzt kommt der Schuss, ne? Mhm. Guter Gant. Maybe. Ah. Gleich, jetzt kommt der Schuss. Der, das, der den Kopf halbfixenst. Achso. Oh Gott. Das war in der anderen Kampagne, aber nicht so. Äh, du machst das, weil ich kann bestimmt nichts tun, oder? Ich weiß gar nicht, was zu tun ist. Äh, runter springen und dann weiter laufen und, äh, ich renne einfach schon mal weiter und gucke einfach mal, ob ich irgendwas tun kann. Mhm. Und mache das mögliche kaputt hier hin. Das ist gut. Immer alles kaputt machen, da kannst du nie was falsch machen mit. Ich mache sowieso nie was falsch, weißt du, doch. Ja, da musst du wieder ran, da komme ich nicht weiter. Oh, schon falsch gemacht. Ich bin dein Geist, ich kann deinen Weg auscouten, das war's. So. Ding. Mui, McAlbert. Ach, klar, Beine. Nee, sie hat doch keine Beine. Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Müssen wir denen jetzt helfen? Wir müssen vielleicht vorher noch was anderes tun, bevor wir denen helfen. Ich hoffe, du guckst, ich hoffe, du guckst auf die Zeit. Ja, aber es ist, es gibt hier auch eine Zeit. Hinter uns. Ich wollte gerade sagen, du brauchst doch wohl nicht meine Hilfe. Da liegt ein Kraut, da liegt ein Kraut, ich will das Kraut haben, warte. Ich auch. Ähm. Ich helfe ihnen so sehr, indem ich die Viecher zum Mutieren bringe. So weit sind sie schon. Was ist das denn für viele Viecher? Was? Und Nissen. Wo? Da hatten wir schon mal auf dem Schiff eins. Ich nicht. Doch, hatten wir. Also ich hab's nicht gesehen. Nee, stimmt, ich hab's doch ins Leben gebracht. Weil ich ja das Boot steuern durfte. Hä? Auf dem Schiff. Mit Ada. Okay, dann hab ich jetzt... Oh, ich hab grad einen Erfolg bekommen. Niemand mag die neuen. Okay. Ich muss jetzt mal nachladen. Oh. Es stirbt doch eh nicht. Es tut immer so. So, damit verabschieden wir uns für heute. Ja. Tschüss. Ich hoffe, ihr hättet mindestens genauso viel Spaß wie wir. Tschüss.